Sklaverei ist die einzige Kränkung des Naturrechts und selbst so unnütze, unwürdige Leute wie Sie sind vor dem Gesetz gefälligst gleich zu behandeln. Diese Stimmen müssen beschafft werden. Abgeordnete, gibt's quillig 2000 und Sie haben sie alle im Saal. Wir können doch keine Stimmen kaufen. Sehen Sie, was Sie tun können. So viele werden sterben, wenn sie nicht bald Frieden schließen. Ich kann den Krieg nicht beenden, solange wir uns nicht von der Sklaverei kuriert haben. Und das Heilmittel dafür ist dieser Artikel. Wir brauchen zwei Ja-Stimmen. Schärfe sich raus und beschaffen Sie sie. Aber wie? Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten, ausgestattet mit immenser Macht. Lincoln war der größte Präsident, den wir jemals hatten. Er hat unser Land sicher durch die größte Krise in seiner Geschichte geführt. Mehr als jeder andere hat Lincoln den Vereinigten Staaten geholfen zu überleben. Der Film zeigt die letzten Monate des 16. amerikanischen Präsidenten, kurz vor dessen Ermordung. Lincoln vereinte das durch den blutigen Bürgerkrieg zerrissene Land und schaffte die Sklaverei ab. Mit Daniel Day-Lewis, der für seine Darstellung des Abraham Lincoln bereits einen Golden Globe erhielt, hat Spielberg die perfekte Besetzung gefunden. Nicht nur optisch. Lincoln war eine sehr einladende Rolle für mich, weil er als Mensch so offen war. Für mich war es eine sehr angenehme Überraschung, wie unglaublich zugänglich dieser Mann war. Die Hälfte aller Männer in Boston hast du eingezogen. Was glaubst du, denken deren Familien über mich? Die werfen nur deshalb keine Sachen nach mir und bespucken mich, weil du so beliebt bist. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren auf, auf britisches Kaufmannsrecht. Das britische Kaufmannsrecht ist mir völlig egal. Vielleicht will ich überhaupt kein Anwalt werden. Das ist ein handfester Beruf. Oder nützlicher obendran. Ja, und ich möchte mich auch nützlich machen. Aber jetzt und nicht hinterher. Ich trage die Dinger nicht, Mr. Slade. Die passen einfach nicht. Die Missis wird aber darauf bestehen. Madam President, wenn ich bitten darf. Sie berufen doch nicht wieder einen Ermittlungsausschuss gegen mich ein. Ich mache einen Scherz. Sie dürfen lächeln, Senator Wade. Ich glaube, das tue ich bereits, Mr. Lincoln. Solange Ihre Haushaltsbücher in Ordnung sind, Madam, sehe ich für eine Ermittlung keinerlei Grund. Die Probleme, die Unordnung und die komplizierte Natur einer Demokratie sind zurzeit überall in der Welt sehr deutlich zu spüren. Es braucht sehr lange, um eine Demokratie einzuführen. Und es ist harte Arbeit, sie im Laufen zu halten. Das ist gerade jetzt in der ganzen Welt sehr stark zu spüren. Das resoniert all over the world right now. Wir werden mit absoluter Gewissheit alles verlieren. Sie ist nicht tot. Ich stimme mit Ja. Lassen Sie die Verrassung in Ruhe. Heute werden wir abstimmen. Nein. Sie kränken Gott. Ja. Verretter, Ruhe. Verretter. Ein Blockbuster ist Lincoln sicherlich nicht. Das Historiendrama ist jedoch bis in die Nebenrollen hochkarätig besetzt. Und gilt mit insgesamt zwölf Nominierungen als Top-Favorit für die kommende Oscar-Verleihung. καig.